Heute bringe ich Nachrichten, die in den sozialen Medien und auf der Straße für großes Aufsehen sorgen. Etwas, das sie darüber nachdenken lässt, was wirklich hinter den Kulissen in Politik und Medien passiert. Erinnern Sie sich an den Fall des angeblichen Gigolo, der eine Beziehung zu einer berühmten Frau hatte? Ja, diese Geschichte, die alle zum Staunen brachte. Nun, es sieht so aus, als ob wir endlich ein Ende dieser Seifenoper erleben könnten. Aber die Wendungen hören hier nicht auf. Nancy Faser, eine bekannte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, versuchte, ein Verbot durchzusetzen, was offenbar nicht sehr erfolgreich war. Und noch interessanter ist der Grund, warum dieser Versuch scheiterte. Dies erregt die Aufmerksamkeit aller, denen die Meinungs- und Pressefreiheit am Herzen liegt. Es geht nicht um irgendein Thema, wir sprechen über Grundrechte, die die Grundlage jeder demokratischen Gesellschaft sind. Und es wird immer heißer. Zuerst müssen wir verstehen, was Nancy Faser versucht hat. Sie wollte etwas verbieten, was viele Menschen störte. Allerdings wurden ihre Taten nicht gut aufgenommen und es scheint, dass sie nicht ungestraft bleiben werden. Das ist nicht nur meine Meinung. Auch namhafte Anwälte warnen vor den Folgen dieses Verbotsversuchs. Das bedeutet, dass wir in den nächsten Wochen mit einem brisanten Bericht rechnen können. Und alle Augen sind darauf gerichtet. Und nicht nur Nancy spürt den Druck. Auch innerhalb ihrer eigenen Partei, der FDP, äußerte sich Herr Kubicki zur Situation. Er erwähnte, dass es bei einem Scheitern dieses Versuchs, insbesondere der Auslegung des GmbH und Vereinsrechts, noch komplizierter werden könnte. Dies alles hat dazu geführt, dass die aktuellen Nachrichten äußerst uneinheitlich und schwer zu verfolgen sind. Also, meine Freunde, behalten Sie die Augen offen und teilen Sie diese Neuigkeiten mit allen, die Sie kennen. Kommen wir nun zu Annalena Baerbock. Es gibt viele Leute, die sagen, selbst wenn sie mit tausend Gigolos zusammen wäre und tausend Affären hätte, würde es niemanden sofort interessieren. Das ist eine starke Aussage über die Mainstream-Medien und ihren Umgang mit bestimmten Skandalen. Es scheint eine Tendenz zu geben, bestimmte Themen herunterzuspielen oder zu ignorieren, wenn sie nicht in die gewünschte Erzählung passen. Aber seien wir ehrlich, wir haben viel größere Probleme, über die wir uns Sorgen machen müssen. Wo bleibt die Empörung über den Visa-Skandal? Tausende Menschen sind möglicherweise illegal in unser Land eingewandert, ohne ordnungsgemäße Passkontrollen durchlaufen zu haben. Das ist etwas sehr Ernstes und sollte ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. Es scheint jedoch, dass bestimmte Skandale bequem ignoriert oder heruntergespielt werden. Und nun stellen Sie sich vor, es wäre Alice Weidel von der AfD, die in einen solchen Skandal verwickelt wäre. Glauben Sie nicht, dass die Reaktion völlig anders ausfallen würde? Es würde wahrscheinlich eine massive Kampagne geben, um die Situation auszunutzen und die AfD anzugreifen. Da dies jedoch nicht der Fall ist, wird die Aufmerksamkeit auf andere Dinge gelenkt. Wir haben sogar Beweise dafür, dass bestimmte Skandale selektiv behandelt werden. Peter Beisten und Maximilian Krah zum Beispiel wurden sehr unterschiedlich mit ihren Themen umgegangen. Die Wahlen stehen vor der Tür, meine Freunde, und diese Einführung ist entscheidend, um zu verstehen, worum es geht. Wir müssen in den Kommentaren besprechen, was wirklich passiert. Es handelt sich eindeutig um den Versuch, von den eigentlichen Problemen abzulenken. Und eines dieser Probleme ist das von Nancy Faser verhängte Verbot. Das kam nicht von ungefähr. Es gab eine klare Tendenz, zu verhindern, dass bestimmte Informationen an die Öffentlichkeit gelangen. In den letzten Jahren gab es in diesem Zusammenhang kaum Gerichtsverfahren oder Verurteilungen. Dann taucht plötzlich Nancy Faser auf und beschließt, alles zu verbieten. Und bevor ich die unglaublichste Neuigkeit von allen verrate, möchte ich, dass Sie Ihre Meinung zu diesem Verbot in den Kommentaren schreiben. Wir sprechen über die Pressefreiheit, etwas, das viele Politiker und Verteidiger der Meinungsfreiheit schon immer wertgeschätzt haben. In einem demokratischen Land zu leben bedeutet, dass wir das Recht haben, unsere Meinung zu äußern, die Regierung zu kritisieren und die Handlungen unserer Führer infrage zu stellen. Aber es scheint, dass diese Freiheit in bestimmten Angelegenheiten eingeschränkt wird. Vor allem, wenn die Kritik von rechts kommt. Es ist immer die Rechte, die als Bösewicht angesehen wird, während die Fehler der Linken minimiert oder ignoriert werden. Es ist interessant festzustellen, dass die Medien dazu neigen, die Meldung eines linken Täters unter den Teppich zu kehren. Oder zumindest eine minimale Abdeckung bieten. Aber wenn es jemand von rechts ist, ist die Behandlung völlig anders. Das ist etwas, was wir alle genau beobachten müssen. Lassen Sie uns nun dieses Verbot für Nancy Faser aufheben. Es gibt drei Hauptpunkte, die diesen Versuch undurchführbar machen. Zunächst erklärte ein Zuschauer, dass dieses Verbot nicht aufrechterhalten werden könne, da es einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen würde. Wenn dieses Verbot akzeptiert würde, was wäre der nächste Schritt? Regierungskritische Medienkanäle schließen? Zeitungen verbieten, die es wagen, die öffentliche Politik zu kritisieren? Darauf achten auch die großen Medien. Einige linke Zeitungen sind beispielsweise besorgt darüber, was passieren könnte, wenn dieses Verbot aufrechterhalten wird. Sie wissen, dass, sobald ein Präzedenzfall geschaffen wurde, jeder das nächste Ziel sein kann. Nancy Faser sollte sich dessen bewusst sein. Journalisten und Zeitungsredakteure sehen diese Entwicklung als äußerst problematisch an und bereiten sich darauf vor, juristisch dagegen vorzugehen. Es ist nicht nur eine kleine Gruppe, die besorgt ist. Immer mehr Menschen sagen, dass dieses Verbot eine Bedrohung für die Meinungsfreiheit darstelle. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Die alternativen Medien haben einen sehr klugen Schachzug gemacht. Sie saßen nicht herum und warteten darauf, dass das Schlimmste passierte. Stattdessen brachten sie ein neues Magazin mit neuem Namen heraus, um das Verbot zu umgehen. Dies zeigt, dass sie bereit sind, zu kämpfen und ihr Recht auf Information der Öffentlichkeit zu verteidigen. Die neue Ausgabe des Magazins mit einem anderen Namen ist ein brillanter Schachzug. Dadurch können sie ihre Geschichten weiterhin veröffentlichen, ohne gegen das Verbot zu verstoßen. Und viele Unterstützer tragen finanziell dazu bei, dass dieses neue Magazin weitergeführt werden kann. Dies zeigt, dass es in der Öffentlichkeit große Unterstützung für die Meinungsfreiheit und gegen Zensurversuche gibt. Aber darüber ist die Bundesregierung natürlich nicht erfreut. Sie könnten versuchen zu argumentieren, dass die Umgehung des Verbots ein Verbrechen sei. Allerdings ist das Verbot einer Zeitschrift eine Sache. Eine neue Zeitung mit einem anderen Logo zu verbieten, ist eine andere Geschichte. Und deshalb gilt dieser Verbotsversuch für Nancy Faser als teilweiser Misserfolg. Aus Marketing-Sicht war dieses Verbot eine Katastrophe. Anstatt das Magazin zum Schweigen zu bringen, verschaffte es ihnen massive Publizität. Heute möchten mehr Menschen als je zuvor wissen, was in der Zeitschrift steht. Sie wollen es lesen, verstehen und herausfinden, warum es verboten wurde. Dies steigerte nur das Interesse und die Neugier der Öffentlichkeit. Also, meine Freunde, wenn es euch genauso geht, schreibt es in die Kommentare. Und wenn am kommenden Sonntag Wahlen wären, wen würden sie wählen? Das ist ein wichtiges Thema, das wir diskutieren müssen. Meinungs- und Pressefreiheit sind für unsere Demokratie von grundlegender Bedeutung. Und jedem Versuch, sie zum Schweigen zu bringen, muss widerstanden werden. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie dran für weitere Updates zu diesem explosiven Fall. Teilen Sie diese Neuigkeiten, diskutieren Sie in den Kommentaren und hören Sie nie auf, Fragen zu stellen und nach der Wahrheit zu suchen. Bis zum nächsten Video.